was geht ab meine freunde testen heute flytrap von leslie genau fünf raketen was ist daran so lustig kann ich nicht lesen passiert fünf raketen dann machen wir auf ein geiles cover mit einem fleisch fressende pflanze machen wir erstmal hier kannst du einzeln machen jetzt geht das video nur eine minute zuerst die bummer alles klar ja schöne ausbreitung eigentlich für die größe der zerleger war jetzt nicht ganz so wuchtig die target sind aber eigentlich ganz schön also das set habe ich für vier euro beim jawohl sonderposten geholt jetzt die bag ja auch ganz schön die trapper jetzt die loser letzte oder ich niedliche raketen für 390 kann man doch dieses set mal mitnehmen dann haut rein und drauf jetzt Check it out.